Jetzt machen wir eine kleine Redepause. Wir können jetzt zusammen tanzen über Musik mit kluge Texte und uns ein bisschen schütteln. Wir müssen auch irgendwo bleiben. Wir müssen schließlich auch irgendwo wohnen. Und Erben muss sich wieder lohnen. In anderen Ländern wohnt man auch nicht zur Miete. Da bist du ohne Eigentum die Niete. Wir haben leider keine andere Wahl. Wir thematisieren das auch selber manchmal. Denn von den Eltern zur Belohnung und zur eigenen Erbenschonung und zur ständigen Naherwohnung kriegen wir jetzt eine Eigentumswohnung. Der Kapitalismus ist an allem schuld. Wir sind am Ende unserer Geduld. Der Mietenmarkt ist das allerletzte. Wir sind nicht geboren für diese Hetze. Wir müssen auch mal an das Alter denken. Die Eltern wollten es uns halt unbedingt schenken. Wir haben leider keine andere Wahl. Wir thematisieren das ja selber manchmal. Denn von den Eltern zur Belohnung und zur eigenen Nervenschonung und zur ständigen Naherwohnung kriegen wir jetzt eine Eigentumswohnung. Von den Eltern zur Belohnung und zur eigenen Nervenschonung. Und zur ständigen Naherwohnung und zur ständigen Naherwohnung kriegen wir jetzt eine Eigentumswohnung. Von den Eltern zur Belohnung. Das war das Lied von der Eigentumswohnung. In dem es darum geht, dass die Verdränger nicht immer die Immobilienhaie sind, sondern manchmal auch unsere Freunde und Nachbarn aus besseren Verhältnissen kommen. Das war das Lied von der Eigentumswohnung. Und das war das Lied von der Eigentum. Vielen Dank.